Nein! Das Skateboard ist nicht über die Linie gefahren! Das kannst du nicht. Das müsstet ihr doch in Rostock auch wissen. Vor allen Dingen auch die Ausrede, ich hab's nicht gehört, ich hatte die Brille auf. So, jetzt braucht ihr die Brille nicht mehr. Sehr schön. Ich hab's nicht gehört, weil ich die Brille auf hatte. Ja, genau. Ich hab's aber vorher erklärt. Aber, das war ja schon mal ganz gut.